In den Videos zu den spezifischen Krebstherapien habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass wir uns auch klinischen Studien widmen müssen und klinische Endpunkte in klinischen Studien uns genauer angucken müssen. Ich hatte eigentlich vor, das ganze chronologisch zu machen, also wirklich ganz am Anfang Geschichte der klinischen Studien, warum klinische Studien notwendig sind, ethische Grundlagen, gesetzliche Grundlagen von klinischen Studien, vor allen Dingen natürlich, um mit den Vorurteilen aufzuräumen, dass man da irgendwie als Versuchskaninchen oder so fungieren würde. Wir hatten aber in den Therapievideos schon viel zu viel sehr genaue Begriffe verwendet. Mir gehen diese Begriffe wie ansprechen, Gesamtüberleben, Toxizität sehr, sehr leicht über die Lippen, weil wir damit tagtäglich konfrontiert werden. Aber das sind höchst spezifische Begriffe, die alle ihren Ursprung und ihre Daseinsberechtigung in klinischen Studien haben und darauf werden wir in den nächsten Videos genauer eingehen. Hier sehen Sie die unterschiedlichen Studienphasen und ganz wichtig, das steht oben auch drüber, die Prämisse in der Onkologie ist immer, dass die Therapie giftig ist. Das kommt aus den Erfahrungen, die man mit der Chemotherapie hat. Man wusste ja, als man die Chemotherapie eingebracht hatte in die Therapie, dass es eine giftige Therapie per se ist. Und das hat zur Folge, dass die Studien in der Onkologie ein kleines bisschen anders aussehen können als für andere Medikamente. Also eins dient der Sicherheitsbestimmung. Und da wir davon ausgehen, dass Krebstherapie per se giftig ist an sich, können wir hier keine gesunden Probanden einschließen, wie es in anderen Studienstandards ist, sondern hieran nehmen, ganz böses Wort, austherapierte Patienten teil. Austherapiert heißt, heißt, dass es nach den Standardtherapien, die zur Verfügung stehen, dass die schon durchgeschritten worden sind. Also dass es keine zugelassene, erfolgreiche Therapie mehr gibt. Wenn immer es bessere Therapiealternativen gibt, wird man natürlich den Patienten nicht in eine Studie einschließen. Die Phase 1 dient der Dosisfindung. Wir wissen ja noch nicht, wie gut das Mittel wirkt. Wir wissen nicht, welche möglichen Nebenwirkungen ein Medikament hat. Und deswegen versucht man hier, die Zahl der Patienten, die damit belastet werden, so klein wie möglich zu halten. In Phase 2 gehen wir dann zur Wirksamkeit über. Also ein neues Medikament, von dem ich weiß, dass es sicher ist, von dem ich weiß, dass es gut vertragen wird. Wie gut wirkt das jetzt in einer Dosierung, die in Phase 1 bestimmt worden ist. Hierfür brauchen wir schon etwas größere Patientenzahlen. Das ist nicht ganz so klein wie in Phase 1. Und vor allen Dingen wird hier die Frage geklärt, lohnt es sich, ist es so wirksam, dass ich damit gegen einen Standard vorgehen kann. Das wäre dann Phase 3. Phase 3 sind immer Vergleichsstudien, immer die Studien mit dem Standard, wo gezeigt werden soll, dass eine neue Substanz oder eine neue Therapie vielversprechender oder besser ist als der bisherige Standard. So, jetzt kann man aber kritisch sagen, Sicherheit, Wirksamkeit, neuer Standard. Natürlich kann ich Ihnen sagen, ja, das Medikament ist sicher und ja, das ist auch super wirksam und ähnliches. Aber das ist ja nicht seriös. Seriös ist ja, wenn wir irgendwas haben, womit wir das wirklich vergleichen können oder wo wir wirklich daran festmachen können, ist das gut oder ist das nicht gut. Und dafür brauchen wir die Endpunkte. Endpunkte ist halt irgendwas, was ich zählen kann, was ich mathematisch bestimmen kann. Und zur Not kann ich dann sagen, das ist bei der einen Substanz in der einen Studie häufiger als in der anderen oder das ist in einem Vergleichsarm häufiger als im anderen. Und diese Endpunkte gucken uns jetzt nochmal genauer an. Für die Sicherheit, das liegt glaube ich auf der Hand, sind es die Nebenwirkungen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil wir in solchen Studien aus Sicherheitsgründen nicht mehrere Patienten gleichzeitig einschließen können, sondern man muss immer warten, bis wirklich gezeigt würde für einen einzelnen Patienten, dass es keine Sicherheitsbedenken gibt. Warum das so wichtig ist, dass man wirklich sequenziell nachschaut, dass man wirklich sagt, ich nehme jetzt nicht drei, vier, fünf oder sechs Patienten mit einer Dosisstufe und gucke, wie gut es verträglich ist. Dafür gibt es, und das ist nur als kleiner Teaser gedacht für das Nebenwirkungsvideo, was ich noch machen werde, wirklich Beispiele, wie das in die Hose gehen kann. Das war eine Sache, die 2006 sehr durch die Medien gegangen ist. Sie sehen in der Tabloid auch von Guinea Pig, das ist der englische Begriff für Versuchskaninchen, Meerschweinchen genau. Da wurde eine Substanz erstmalig in extremst niedriger Dosierung eingesetzt, bei sechs gesunden Probanden, keine Patienten, sondern Probanden. Und die sechs sahen sich ein paar Stunden später alle auf der Intensivstation wieder. Wie gesagt, nur als Teaser, wir sprechen da ganz ausführlich in dem Video zu den Nebenwirkungen drüber. Phase 2 soll die Wirksamkeit darstellen und eine relativ gute Möglichkeit, die Wirksamkeit zu zeigen, ist das Ansprechen. Und beim Ansprechen sehen wir relativ häufig solche Sachen, sogenannte Rottervollblots, die zeigen, wie sich die Tumorgrößen unter einer Therapie verändern. Das ist die Grundlage für das, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, der Patient hat angesprochen oder sie haben nicht angesprochen unter einer Therapie. Dazu aber wie gesagt auch mehr im Video und vor allen Dingen auch kleiner Hinweis, ansprechend ist nur ein Surrogatmarker und nicht unbedingt ein Surrogatmarker, also ein Ersatzmarker für das Überleben. Was Sie hier sehen, ist eine Analyse von verschiedenen Studien. Jeder kleine Kreis ist eine klinische Studie. Je größer der Kreis ist, desto mehr Patienten wurden eingeschlossen. Über die Zeit 1980 bis 2009, da ist das publiziert worden. Und Sie sehen auf der linken Achse, dass wir hier nach oben hin sozusagen die Gesamtüberlebenszeit sehen. Das wäre jetzt alles nicht so wahnsinnig dramatisch, wenn ich Ihnen nicht erzählen würde, dass diese Erkrankung, die hier ist, legendär in der Onkologie für gutes Ansprechen auf Chemotherapie ist. Das ist das kleinzellige Lungenkarzinom. Da sprechen die Patienten unter Chemotherapie oder lassen Sie es 70 bis 90 Prozent sein an. Das heißt, in so viel Prozent wird der Tumor wirklich kleiner. Aber es hält nicht. Das Gesamtüberleben hier ist unter zehn Monaten im sogenannten Median, auch darauf kommen wir zu sprechen, das Beste, was wir mal haben, ist knapp 15 oder unter 15 Monate. Das Schlechteste ist sogar unter fünf Monaten. Also hier gibt es keine Übersetzung von der Wirksamkeit im Sinne von Ansprechen zur Wirksamkeit im Sinne von Leben verlängern. Und in Phase 3, da kommen so Begrifflichkeiten noch dazu, wie Randomisierung, Doppelblind, Entblindung, ähnliche Sachen. Dazu mache ich ebenfalls ein eigenes Video. Also würde ich das jetzt nicht hier nennen. Da muss man zeigen, dass eine neue Therapie besser als eine andere Therapie ist. Und da hat sich wegen des Vorhergesagten schon durchgesetzt, dass man da Überleben als Endpunkt nimmt. Überleben, aber das ist auch wichtig, heißt nicht immer das Gesamtüberleben, das Overall Survival, sondern Überleben kann auch das progressionsfreie Überleben sein. Weil das progressionsfreie Überleben mir ja manchmal besser zeigt, wie gut eine Therapie genau wirkt. Zu überleben gibt es schon ein Video auf diesem Kanal. Das habe ich aber so ein bisschen versteckt unter dem Kompetenzfeld Videos für Studenten. Da zeige ich unter anderem das hier. Das ist eine klassische Überlebenskurve oder so stellt man Überleben dar als sogenannte Kaplan-Meyer-Kurven. Das würde ich hier aber nochmal dezidiert ebenfalls in einem neuen Video machen oder ein neues Video dazu machen. Also ansprechen, Nebenwirkungen überleben. Dazu gibt es jetzt in den nächsten zwei Wochen jeweils ein Video. Wir fangen an mit ansprechen, weil das quasi schon im Kasten ist. Gehen dann auf die Nebenwirkungen über. Wie gesagt, da kommen die TGNR-Skandale und eigentlich alle Nebenwirkungsskandale, die wir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hatten. Meines Erachtens ein recht spannendes Video auch. Und zu guter Letzt gehen wir uns nochmal auf das Überleben ein, gucken uns nochmal an, was es damit genau auf sich hat, wie man das eigentlich bestimmt.